Das Hotel Ginen Beach liegt in Sousse in Monastir, Region. Die meisten Gäste des Hotel Ginen Beach würden das Hotel weiterempfehlen. Die weitere Empfehlungsrate liegt bei 76%. 352 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,6 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail. Service. 4,9 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wider. Lage und Umgebung. Das Hotel befindet sich in einer guten Lage. Dabei können die Einkaufsmöglichkeiten, Strandnil, Verkehrsanbindung und Ausgehmöglichkeiten eine Rolle spielen. Durchschnittlich werden 4,9 von 6 Sonnen für den Standort des Hotels vergeben. Zimmer. Dank der guten Sauberkeit, Ausstattung und Größe der Zimmer vergeben die Gäste hierfür 4,7 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme. Für das gute Sport und Unterhaltungsprogramm vergeben die Gäste 4,6 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Die Gäste fühlen sich wohl in diesem Hotel. Zustand und Sauberkeit des Hotel werden mit 4,5 Sonnen bewertet. Gastronomie. Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 4,2 von 6 Sonnen als gut bewertet. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.